Hallo, ich bin der Markus aus Salzburg, ich bin Handelsangestellter, fahre berufsbedingt für mich im Auto rum und dadurch komme ich dann dazu, dass ich öfter mal die Radiofabrik her. An der Radiofabrik gefällt mir eine Sendung ganz besonders, das ist The Rocking 50s, einfach weil ich schon mal die Moderation allein einem Lächeln ins Gesicht saubern kann und man hört immer wieder ganz interessante neue Stücke und neue Musik. Außerdem natürlich von der Moderation generell gefällt mir, dass auf anderen Radiosendungen so quasi professionell moderiert wird, so eine aufgesetzte Fröhlichkeit und da ist die Radiofabrik doch irgendwie ehrlicher. Die Radiofabrik eben braucht es genau deswegen, weil es den jungen Radiomachern und Unerfahrenen eben die Möglichkeit bietet, da mal reinzuschnuppern. darum ist das finde ich auch kulturell sehr wichtig, muss unterstützt werden und wir brauchen freies Radio. 20 Jahre, jetzt erst recht. 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 Vielen Dank.